Mein heutiger Gast ist seit über 45 Jahren als Lauftrainer aktiv und hat in dieser Zeit mit hunderten von Athletinnen und Athleten zusammengearbeitet. Zu den bekanntesten zählen ohne Zweifel seine Frau Katrin Dörre-Heinig und selbstverständlich Gesa Krause. Im Interview geht es natürlich um die Frage, wie es dazu kam, dass er Lauftrainer wurde. Und ich wollte auch wissen, was seine Philosophie als Trainer ist, wie er einen langfristigen Athletenaufbau gestaltet und worauf es dabei ganz besonders ankommt. Wenn du den Mein Athlet Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Athletik Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Weltweit kann jeder laufen und auch jeder kann viel laufen. Und da geht es nicht darum, wie viele Kilometer mache ich, sondern wie bewusst mache ich diese Kilometer. Wie bereite ich ein Training vor und wie bereite ich ein Training nach, aber jetzt nicht wieder körperlich gesehen, sondern geistig gesehen. Mein Athletik, der Leichtathletik Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Herr Heinig. Ja, schönen guten Tag, hallo. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben. Sie sind ja einer der bekanntesten, erfahrensten, auch erfolgreichsten Lauftrainer, den wir in Deutschland haben. Deswegen freut es mich umso mehr, dass Sie heute die Zeit für das Interview gefunden haben. Und da ist meine erste Frage ganz häufig, wie sind Sie eigentlich zur Leichtathletik gekommen? Ja, ich habe einen langen Weg hinter mir. Ich habe sieben Jahre von 1965 bis 1972 an der Kinder- und Jugendsportschule in Leipzig als Sportler Sprinter gewesen. Habe es auch mal auf eine Zehnerzeit gebracht. Damals natürlich noch handgestoppt auf Aschenbahn. Und ja, eigentlich wollte ich immer Sprinttrainer werden. Habe dann studiert in Leipzig an der Deutschen Hochschule für Körperkultur. Fünf Jahre, also vier Jahre Diplom-Sportlehrer, dann ein Jahr für den Leistungssportbereich. Und Sie haben gerade gesagt, Sie wären gern Sprinttrainer geworden. Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie im Laufbereich Trainer geworden sind? Ja, nachdem ich fünf Jahre in sogenannten Trainingszentren gearbeitet habe, wo wir mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben, was für mich sehr, sehr wichtige Etappe war. Gleichzeitig war ich noch Sportlehrer an verschiedenen Schulen in Leipzig. So, dass ich, sag mal, von der Basis auf eigentlich das Handwerk lernen konnte, was mir heute noch immer zugutekommt. Ja, und dann habe ich mich mal beworben beim SCDFK. Das war damals der führende Sportclub in Leipzig als Sprinttrainer. Und wurde mir auch zugesagt. Und wo dann das letzte Gespräch stattfand, Anfang Januar 1980, hieß es ja, ist aber sehr langer Sprint. Und ich dachte, na gut, 400 Meter, das kannst du auch. Und dann stellte man mir eine Trainingsgruppe vor, das waren Mittelstrecklerinnen, also Mädels so zwischen 18 und 23. Und da war ich erst mal perplex und habe auch zwei Jahre gebraucht, mich mit dieser Situation überhaupt zurechtzufinden. Für mich war Leichtathletik, ging maximal bis 400 Meter. Alles andere war für mich irgendwie nicht greifbar. Und Sie haben schon gesagt, Sie hatten dann erst mal zwei Jahre gebraucht, um sich tatsächlich darauf einzustellen. Gab es dann aber irgendwie einen Schlüsselmoment, bei dem Sie gesagt haben, okay, das mit dem Laufbereich ist doch gar nicht so schlecht? Ja, Schlüsselmoment war sicherlich, wer mich kennt, weiß es. Ich habe mich dann irgendwann doch reingekniet und wo ich dann 83 im Herbst hieß es, jetzt kannst du in eine 400 Meter Truppe Männer und Frauen übernehmen beim SCDFK, hatte ich dann aber schon eine eigene Gruppe langsam aufgebaut. Man hat natürlich dann auch engeren Kontakt zu diesen jungen Menschen. Und dann habe ich einfach gesagt, jetzt will ich nicht mehr, jetzt bleibe ich hier. Und dann war ich auf einmal Mittelstreckentrainer bis hin zum Marathon und hat mir dann auch recht gegeben, 84, dass Katrin, also meine Frau, dann 84 das erste Mal in Osaka gleich einen Marathon gewonnen hat. Und damit war klar, wir fahren nach Los Angeles und dann kam der Boykott der sozialistischen Staaten, wenn man das so sagen darf. Und ja, und da war natürlich der erste Tiefschlag, deshalb kenne ich mich mit der Frage der Pandemie jetzt etwas aus, wenn Olympia ist jetzt nur verschoben, damals fiel es aus. Und das ist ja dann 84 nochmal, 80 das erste Mal, da hatte ich gerade angefangen, hatte ich auch eine junge Frau, die so knapp 2.00 gelaufen war. Die hätte es vielleicht gar nicht geschafft, weil wir eben Leute mit 1.58, 1.59, 1.57 hatten. Ja, und so habe ich halt so zweimal Olympia nicht mitmachen dürfen. Und gab es in dieser Anfangszeit, ich sage mal, einen anderen Trainer, von dem Sie vielleicht das eine oder andere gelernt haben oder einen Mentor? Also ich habe sehr, sehr viel von den Trainerkollegen damals gelernt. Walter Schmidt, der Trainer von Walter Machabinski, um einen zu nennen, oder auch der Klaus Kegel aus Magdeburg, die natürlich im Marathonlauf zu Hause waren. Und dort habe ich die erste Zeit eigentlich nur zugeguckt, kopiert, habe vieles übernommen, weil ich gesagt habe, was die machen, muss ja gut sein. Und habe dann Jahr zu Jahr natürlich auch dazugelernt und habe dann eigene Erfahrungen gemacht. Aber am Anfang habe ich eigentlich nur das Training von erfolgreichen Trainern kopiert, weil ich sagte, wenn das funktioniert, dann funktioniert das auch, wenn du das machst, mehr oder weniger. Und ja, so habe ich mich dann langsam, eine eigene Philosophie sich entwickelt. Aber wie gesagt, das ging über Jahre. Gibt es da auch noch so ein paar Sachen, die Sie bis heute mitgenommen haben von diesen Trainern? Ja, die Geduld auf jeden Fall. Wie lange braucht ein junger Mensch, gerade im Langstreckenbereich oder auch in der Mittelstrecke-Marathon natürlich, wie lange braucht man, um eine sportliche Leistung zu entwickeln? Ja, diese physiologischen Werte, das ist nicht ein Training mit mal Laktat nehmen und jetzt klappt es, sondern das ist ein langer Prozess. Und das kommt mir heute natürlich auch noch zugute, dass ich gerade mit jüngeren Athleten sage, okay, ihr müsst Geduld haben. Also diese Sternchen, die schnell aufklimmen und wieder verlöschen, die gibt es immer. Die gab es auch damals, aber ich habe halt gelernt, mit sehr viel Ruhe und Geduld an der Sache zu arbeiten. Und wer das ja verfolgt hat, hat das ja gesehen. Also ich habe viele, viele Jahre gebraucht, um mit Gesa dorthin zu kommen, wo sie im letzten Jahr war. Ja, und auch da kommt natürlich der Athlet und stellt Fragen, warum da so lange. Ich laufe jetzt schon das dritte Jahr, 9,19 oder 9,18 oder 9,23. Ich möchte auch mal vorne mitmischen und dann so einen Athleten klarzumachen, zu sagen, okay, das braucht Zeit, weil viele Komponenten sich entwickeln müssen. Und ja, und wie gesagt, im letzten Jahr hat es ja dann so geklappt, wie ich mir es vorgestellt habe. Sie haben es jetzt schon angesprochen, Geduld ist für Sie ein wichtiger Punkt. Aber was sind denn so Ihre grundsätzlichen Trainingsprinzipien oder Ihre Trainingsphilosophie? Ja, das ist eigentlich auch ganz einfach. Ich trainiere nur das, was ich selbst verstehe. Das heißt also, ich bilde mich natürlich auch weiter. Ich lese natürlich auch internationale Literatur, was so auf der Welt passiert. Ich bin sehr oft in Kenia gewesen, glaube ich, jetzt schon 19 oder 20 Mal. Dort sieht man natürlich, was täglich gemacht wird und dort kann man Erfahrungen sammeln, dort kann man beobachten. Ich bin oft in Kenia 50 Prozent beim eigenen Training, also meiner Athleten und 50 Prozent beobachte ich, was passiert mit diesen erfolgreichsten Athleten. Und Schlussfolgerungen ziehen natürlich solche Prozesse auch langfristig mit zu beobachten, denke ich mal, ist wichtig. Man kann es auf den Punkt bringen. Also ich sehe das wie ein Hausbau. Ich fange mit dem Keller an und das Dach kommt zum Schluss. Und der Kranz oben drauf, wenn das Dach steht, richtfest ist dann der Wettkampf, der dann richtig laufen soll. Also das ist für mich eine Philosophie. Klingt jetzt sehr einfach, aber wie gesagt, das bringt es. Immer zu wissen, was man macht, warum man das macht. Und wenn man was nicht mehr versteht, was man eigentlich macht, dann ist das Kind im Brunnen gefallen. Aber das sind ja dann auch alles sehr, sehr lange Prozesse. Und Sie haben auch gesagt, da kommen auch bei den Athleten immer mal Zweifel auf. Wie wichtig ist denn das Thema Vertrauen zwischen Trainer und Athleten? Ja, Vertrauen ist eine Sache, die wächst auch über viele Jahre. Und natürlich müssen gewisse kleine Erfolge, es müsste sehen, dass es vorwärts geht. Der Athlet lebt von der Motivation, sprich von der sportlichen Leistung, sprich von Wettkämpfen. Es ist ganz normal, wenn ich einen Athlet oder eine Athletin über Jahre trainiere und die kommt nicht über den Vorlauf bei einer deutschen Meisterschaft oder kann sich dort zumindest erst mal in Deutschland präsentieren. Nicht weiter wird natürlich auch das Vertrauen in das Training, in diese Person des Trainers, geht dann natürlich auch verloren oder kriegt Risse. Und deshalb ist es wichtig, immer zu wissen, gerade bei jungen Menschen, dass man versucht von Jahr zu Jahr natürlich an Bestleistungen zu erreichen und kleine Erfolge zu bringen. Dann auch braucht man internationale dabei sein, U20, U18, U23 und dort natürlich auch schon eine Rolle zu spielen. Und dieser Prozess, man muss aber wissen, dass man das nicht vorgreifen darf. Das muss ein Abfallprodukt sein auf dem Weg in eine Hochleistungskarriere im Erwachsenenbereich. Also wäre das im Prinzip noch so ein Teil vom Fundament? Könnte man das so beschreiben? Ein stabiler Keller, wo man dann über Jahre was draufbauen kann, ist das A und O. Und das ist, glaube ich, auch ein Hauptproblem heutzutage, dass wir haben sehr gute U18-Leute, U20-Leute und es sind sehr wenige, gerade wenn ich jetzt die Jahrgänge so 92, 93, 94 sehe, da sind sehr, sehr wenige Athleten, die noch dabei sind oder die überhaupt in der nationalen Rolle spielen. In diesem Prozess von einem langfristigen Athletenaufbau spielt natürlich auch die Athletin oder der Athlet eine sehr, sehr große und wichtige Rolle. Was sollte man denn als Sportlerinnen und Sportler mitbringen? Ja, erstmal auf jeden Fall die Bereitschaft, Großes vollbringen zu wollen, von sportlichen Leistungen träumen, träumen von großen Events bis hin zu Olympischen Spielen. Und dieser Traum sollte natürlich ziemlich tief im Herzen liegen, dass man weiß, ich möchte das gerne erreichen. Und dafür werde ich auch versuchen, so viel wie möglich von dem Trainer mitzunehmen, der auf diesem Weg begleitet. Ja, und da steht an erster Stelle für mich die Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt also, junge Menschen auf diesem Weg zu zeigen, dass es machbar ist, Großes zu erreichen. Ob das jetzt im Sport oder in der Kultur oder sonst wo ist, das ist vollkommen egal. Dieser Traum und jemand, der diesen Weg mitgeht und einen auch aufzeigt, wie könnte man das erreichen, wie ist es möglich. Und diese Vorstellung natürlich bei jungen Leuten reinzubringen, ist ein langwieriger Prozess. Immer wieder zu zeigen, okay, Persönlichkeitsentwicklung ist im Sport. Klar, die Persönlichkeit ist sehr, sehr wichtig, aber im täglichen Leben, im Beruf, in der Familie und so weiter, sieht man natürlich, was sind das für Persönlichkeiten. Wie leben sie den Sport? Wie gestalten sie ihre Freizeit im Bezug zum Sport? Und das ist sicherlich vor einigen Jahren noch einfacher gewesen. Es wird natürlich komplizierter, weil natürlich die Möglichkeiten, die heute bestehen, die große Ablenkung, die da steht, automatisch so viele Einflüsse, die heutzutage auf die jungen Leute einfließen, ist es natürlich schwer, jemanden zu formen und als Bezugsperson natürlich auch die Autorität zu besitzen, die nötig ist, dort auch, sag mal, zu steuern. Und steuern heißt nicht bloß Lob, steuern heißt auch Tadel, heißt auch mal sich kritisch auseinandersetzen, heißt auch mal in Diskussionen gehen, die mal hart werden können. Ja, und das muss ein junger Mensch lernen. Der Trainer lernt dabei selbst mit, automatisch, weil er ja dann merkt, wie kommt es denn bei den Jugendlichen an. Und da, denke ich mal, ist die Autorität des Trainers eine sehr wichtige Komponente, zu sehen, okay, mein Trainer weiß, wo es hingeht, der will das mit aller Macht. Und ich denke mal, wenn Sportler und Trainer so für die Sache brennen, also richtig brennen, das heißt also, Trainer ist man nicht, die Zeit, wie man auf dem Platz ist, Trainer ist man 24 Stunden. Ja, das ist ganz interessant. Sie haben jetzt als erstes die Motivation, auch die Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gar nicht so das Thema körperliches Talent oder Leistungskörperlichen Voraussetzungen. Würden Sie sagen, dass die Motivation oder der Wille, wirklich zu 110 Prozent für den Sport zu leben, am Ende das ist, was das ausschlaggebende Gewicht ist, um dann tatsächlich wirklich erfolgreich zu werden? Auf jeden Fall. Ich glaube, weder die Kilometer noch die Geschwindigkeiten, wie die Kliniken gelaufen sind, sind irgendwie der Maßstab. Das gehört dazu. Dafür ist der Trainer da. Und mit einem Athlet, der dann etwas älter wird, natürlich auch in der Auseinandersetzung miteinander, in der Diskussion, wie hat das Training wie gewirkt. Aber ich glaube, weltweit kann jeder laufen und auch jeder kann viel laufen. Und da geht es nicht darum, wie viele Kilometer mache ich, sondern wie bewusst mache ich diese Kilometer. Wie bereite ich ein Training vor und wie bereite ich ein Training nach, aber jetzt nicht wieder körperlich gesehen, sondern geistig gesehen. Ja, und also ich bin absolut ein Gegner von einem Training, was stattfindet. Und anschließend springt der Athlet das Fahrrad weiter zum Studium oder zu anderen Terminen hat, ohne dass er in der Lage ist, diese Einheit nachzubereiten. Wie sollte das aussehen, die Vor- und Nachbarn? Ja, einmal sich mit dem Trainer zu unterhalten, was war heute passiert, warum ist was wie passiert, welche Wirkung hat das auf meinen Körper, wie wirkt das auf meinen Physiologischen, was bedeutet jetzt die Ernährung gleich oder wie muss die Ernährung am Tag aussehen, wie hat die Physiotherapie zu wirken. Wenn wir jetzt vom Hochleistungsbereich sprechen, ist das das A und O. Und deshalb ist das ein Volltime-Job für einen Athleten wie für einen Trainer. Und ich sage, ich lehne es halt ab, wenn Athleten mit dem Fahrrad zum Training kommen und schnell wieder los müssen, weil in der Viertelstunde die Vorlesung geht. Dann ist das Training zwar realisiert, der glaubt das, aber die Wirkung ist null. Hat das dann auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Athlet auch ein Verständnis dafür bekommt, ein tieferes, warum mache ich jetzt was? Und das ist, wie gesagt, auch wieder bei jungen Menschen kompliziert. Die denken, ja, ich habe super trainiert, jetzt muss die Leistung kommen. Mit dem Alter und mit der Erfahrung, die die Athleten natürlich damit merken, dann natürlich auch, okay, kann ich ein Beispiel sagen, meine Frau war immer Vollprofi. Gesa ist Vollprofi. Und wenn sie gefragt wird von Journalisten usw., ja, was machen sie denn eigentlich den ganzen Tag außer ihrem Training? Dann lächeln wir natürlich, nicht überheblich, sondern sagen, okay, er hat es nicht begriffen oder derjenige weiß nicht, was es bedeutet, so eine sportliche Leistung umfassend vorzubereiten. Und das sind das nicht die zweimal, zwei Stunden am Tag oder die dreimal Einheiten am Tag. Die sind nur Mittel zum Zweck. Aber dass das wirkt, ist ganz woanders. Also würden Sie das auch so sehen, dass es tatsächlich nur ein kleiner Baustein ist und viele andere Bereiche oder alle Bereiche des täglichen Lebens damit anschließen? Ja, das Training ist das Handwerkszeug, wie jeder, der wegen mir, ich bleibe immer beim Hausbau, die Arbeit muss gemacht werden, richtig. Aber ist derjenige dabei, hat der Gedanken, wie kann er das besonders gut herrichten, wie kann er Ansprüchen von dem Bauherrn nachkommen, wie möchte der das, wie sollte das am Ende aussehen? Das muss alles Hand und Fuß haben. Ja, wenn ich heutzutage ein Haus baue und muss anschließend drei Jahre noch das noch nachrüsten und das noch nachrüsten, das ist dann ein schlechtes Training. Der Gesamtkomplex muss stimmen. Klar, es gibt Verletzungen, es gibt Krankheiten, es gibt natürlich auch mal Tiefschläge, ob das jetzt wegen mir im Privaten ist oder ob das dann wegen mir in einem Fernschützchen ist, wo man nicht so zufrieden ist. Das ist normal, das gehört dazu. Aber deshalb darf ich meinen Weg nicht verlassen, wenn ich denn so ein großes Ziel habe, also meinen Traum zu verwirklichen. Ich möchte mal bei Olympia oder bei einer WM auch mal nicht bloß dabei sein, ich möchte dort auch mitgestalten. Sie hatten vorhin auch angesprochen, dass Sie schon sehr, sehr häufig in Kenia im Trainingslager waren. Inwieweit spielen Trainingslager auch jetzt gerade Kenia eine Rolle in ihrer langfristigen Arbeit mit Athletinnen und Athleten? Ja, es ist ja bekannt, dass Hypoxietraining, also Höhentraining, das entscheidend ist für den Ausdauerathleten. Und wir haben vor allem zeitlich angefangen mit Höhentraining, wenn man das so bezeichnen kann, hier in Deutschland, auf 1000 Meter. Auch da waren schon bei 16, 17-Jährigen schon Reaktionen im physiologischen Bereich zu sehen. Und für mich war klar, wenn wir irgendwann mal international was bestellen wollen, muss man das systematisch aufbauen. Ich habe da auch letztens mal einen Vortrag gehalten, wo es zu sehen ist, von ein- bis zweimal Höhentraining bis jetzt im letzten Jahr, letzten zwei Jahren mit Höhentketten zu arbeiten. Das heißt also, Daueraufenthalt ist gerade von der mentalen Sache sicherlich für die meisten Athleten nur schwer machbar. Wobei ich das als sehr ideal finde, gibt es ja Beispiele von Mitteleuropäern, Schweizer und Norweger, die außergewöhnliche Leistung bringen. Wie sieht das konkret aus? Ja, unsere Höhentenketten sehen dann so aus, dass die nicht willkürlich gesetzt werden, sondern im Jahresverlauf mehrmals zum Einsatz kommen. Mehrmals, da meine ich dann auch sechs- bis achtmal. Und auch hier wieder natürlich die Physiologie. Komme ich aus der Höhe, habe ich eine besonders hohe Leistungsfähigkeit aufgrund der Sauerstoffzuführung, die dann möglich ist. Und dieser Prozess tut sich aber nach zwei, drei, vier Wochen natürlich wieder normalisieren. Und wenn ich das physiologisch beobachte, also durch Labore und so weiter, kann ich natürlich dann sehen, jetzt müsste der nächste Schritt kommen. Das heißt also, ich sage mal, ich komme am 16. Dezember wegen mir aus Genia, muss aber am 3. Januar wieder los, damit die Höhenkette bleibt. Und somit kann ich meine physiologischen Werte hochschaukeln. Also sprechen wir mal nur vom Hämoglobin als einen Bestandteil, zu sehen, okay, wie entwickelt sich das im Jahresverlauf. Und da kann ich nicht sagen, na gut, dann machen wir da mal. Oder ich habe gerade Studienpause, da können wir mal schnell ins Höhen-Training fahren. Das bringt nichts. Das hat kurzfristige Resultate. Aber um eine Leistung aufzubauen, die mir die Chance gibt, auch international konkurrenzfähig zu sein, ist ein Prozess. Und wie gesagt, wir haben jetzt zwei Jahre gehabt, wo wir zwischen 6 und 29 Wochen nur im Höhentraining waren. Natürlich verteilt im Jahresverlauf. Mit wie vielen Athleten sind Sie dann normalerweise in Kenia? Ja, es sind viele internationale Athleten dort. Also wir haben dort alle europäischen Nationen sind irgendwo da auch vorhanden. Viel Briten, viel Franzosen, viel Ostblock-Leute. Ja, und ich selber habe dann meistens so zwei, drei Athleten, die ich mich beschäftige, wo ich sage mal dann auch auch deutsche Athleten aus anderen Vereinen. Martin Grau, ein Hindernisläufer, Christina Hering war schon mit dabei. So, und die gehen aber nicht ganz diesen Weg wie wir, weil ich gesagt habe, es geht nur, wenn wir nochmal das Wort wiederholen, die physiologischen Werte so entwickeln, dass wir mit Kenianern, Äthiopiern, Amerikanern, die das genauso machen, mithalten können. Und würden Sie aber auch sagen, dass diese Masse an wirklich starken Athleten, die dort immer vertreten ist, auch noch ein Stück weit mit rein spielen? Oder würden Sie sagen, das ist vernachlässigbar, ob ich da jetzt mit ... Der Athlet sieht ja fast täglich, was internationale Klasse zeigt, das sind nicht bloß die Kenianer, sind auch die, wenn die Briten da sind, in einem großen Team, dann kriegt man schon mit, was da passiert, wie die trainieren, was die machen, welche Umfänge, mit welchen Qualitäten. Und das motiviert natürlich den Athleten selber, wenn er sieht, Mensch, hier sind ja meine Konkurrenten, was machen die, wir waren im letzten Jahr, war Gesa erschrocken, weil die kleine Kenianerin, die für ein Bar reinläuft, die sie dann in Berlin bei der 2000 bezwingen konnte und jetzt auch in Doha am letzten Wasserkram noch bespürt, wenn man die im Training sieht, denkt man, ach du Schreck, wie gut ist denn die, da kommen wir nie ran. Und das ist aber in positive Energie umzuwandeln, zu sagen, okay, das motiviert mich, ich muss dort mit, ich muss das auch können, ohne dass man das kopiert. Also man kann nicht das kenianische Training kopieren. Man kann Sachen sagen, Mensch, das machen wir auch ähnlich, aber es ist natürlich ein ganz anderer, ganz anderer Menschentyp, die ja dort in der Höhe leben, groß geworden sind. Und wie gesagt, wir können das nur, wie ich es gerade erklärt habe, mit Höhenketten oder mit Daueraufenthalt. Und inwieweit spielt technisches Equipment bei Ihnen eine Rolle? Also Laktatmessung hatten Sie immer angesprochen, Videoaufzeichnung, GPS-Tracker oder sagen Sie, mir reicht die Stoppuhr? Ja gut, als erstes natürlich die Stoppuhr, aber genauso die Pulsuhr, die die Athleten ja selber haben, Laktatmessung, dort wo es angebracht ist und bei Hindernis-Technik natürlich dann auch Videoaufzeichnungen, wo man dann sieht, okay, Wasserkram, wie lange dauert das vom Abheben vorm Balken und erster Schritt aus dem Wasser? Die Zeit kann man ja dann analysieren und wir sind halt dabei, oder GESA hat es geschafft, sehr zu optimieren und wer sie gesehen hat, bei ihren richtigen, guten Läufen, macht sie dort immer gut. und das ist natürlich wichtig zu wissen, okay, das war auch die Philosophie jetzt vor Doha, dass wir gesagt haben, okay, läuferisch kannst du mit denen nicht mit, du kannst aber pro Runde bei vier Balken kannst du pro Balken 0,3 Sekunden gut machen und am Wassergraben fast eine Sekunde, wenn man das zusammenzählt, sind das zwei, drei Sekunden, das bedeutet, also drei Sekunden sind da bei einer Geschwindigkeit sind das 15 Meter und das kannst du dir erlauben, ohne dass du da einen Kontakt verlierst und das war ja auch die Taktik, die in Doha funktioniert hat. Wäre sie mitgelaufen von Anfang an, glaube ich nicht, dass sie so eine letzte Runde hat zeigen können und das ist dann wieder Persönlichkeit, wenn ein Athlet wirklich Vertrauen hat, wenn ein Athlet davon überzeugt ist, dass es richtig ist, wie wir angehen und natürlich, wenn es dann funktioniert, umso schöner. Aber es erinnert mich ein Stück weit auch an die Herangehensweise der deutschen 4x100 Meter Staffeln, wo die Einzelzeiten jetzt auch nicht unbedingt in die Top-Bereiche hineinreichen, aber durch die Wechsel, durch die wirklich sehr, sehr guten Wechsel da schon auch gute Platzierungen bei rauskommen. Also im Prinzip bei den 3000 Meter Hindernissen ist es eben die Überquerung der Hindernisse, wo man dann tatsächlich mit einem geringen körperlichen Aufwand dann ja noch mal 15 Meter ohne weiteres herausholen kann. Ja, man muss die eigenen Vorteile natürlich nutzen, um zu sehen, okay, was kann ich gut machen, wie muss ich mich verhalten im Rennen und bei einer 4x100 Meter Staffel ist natürlich klar, wenn ich ideale Wechsel habe, die, sagen wir mal, immer so kurz bei Höchstgeschwindigkeit stattfinden, kann man natürlich auch Athleten, die vielleicht 89 laufen und die dann aber fast stehen beim Wechsel, dann kann man schon was erreichen und das ist halt unser Know-how, das müssen wir schon auch mit in die Waagschale werfen. Und inwieweit spielt das Auge des Trainers mit einer Rolle? Ja, sicherlich mit einer entscheidenden im täglichen Trainingsprozess zu sehen, wie der Athlet drauf ist, mental, wie gesagt, es gibt Höhen und Tiefen wie bei jedem Menschen, um dann die richtige Entscheidung am richtigen Tag das richtige Training zu machen. Ein Plan ist gut, ich habe auch Konzeptionen, die über 2-4 Jahre laufen, die ist jetzt ja diesmal ausgelaufen, jetzt bin ich dabei, was Neues zu erstellen, ja, zu wissen, das ist der Plan, aber der ist, nicht gesetzt, der ist nicht in Stein gehauen, der steht zwar da und Athleten neigen dazu, dass, oh, mein Trainingsplan, den muss ich jetzt hundertprozentig machen und da ist es jetzt wichtig, dass ein Trainer fort ist, dass der auch sieht, seinen Athleten, wenn es geht, fast täglich, das wäre die Ideallösung zu sagen, okay, hier Zahn zulegen oder hier lassen wir mal ein, zwei Tage mehr Regeneration ran und das ist halt in der Fernbetreuung kompliziert, glaube auch, dass es das Mango ist und bei vielen, die halt auf Fernbetreuung arbeiten müssen oder wollen, ich glaube, es ist wichtig, dass ein Trainer in großen Zeiträumen, Jahresverlauf, den Athleten, ich sage, fast täglich, sieht, beobachtet und auch einschätzen kann, wann ist es wichtig, das Richtige zu machen und gerade dann in der Vorbereitung auf Wettkämpfen, also sagen wir so, diese letzten sechs, acht, sechzehn Wochen und dann sollte man dann schon ganz gewissenhaft dabei sein und zu sehen, wie wirkt das Einzelne, um dann zu sagen, okay, auf den Tag top, fit zu sein, ist immer noch eine kleine Kunst und man sitzt manchmal selbst daneben und das passiert mir genauso wie den anderen auch, dass ich sage, Mensch, das war hier nicht die richtige Entscheidung und darüber müssen wir reden und dann gibt es eben doch mal Negativerfolge, wenn man das so schön sagt, wo man sagt, okay, klar, dann fragt der Journalist ja, wie läuft eine GESA bei 1500 Meter, 20 Meter hinter dem Feld und vier Wochen oder fünf Wochen später wird sie Europameisterin, wie hängt das zusammen und da kann man natürlich, wenn das jemanden interessiert, tiefgründig darüber ausstauschen oder man sagt, na, es war halt so. Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Punkt mit dem Auge des Trainers in den einzelnen Trainingseinheiten, das würde, so wie ich mir das vorstelle, bedeuten, es ist eine bestimmte Tempolaufserie angesetzt mit bestimmten Zielzeiten und sie erkennen dann, der Schritt ist vielleicht ein bisschen unrund oder es wirkt zäh oder doch relativ locker und dann würden die Und der Trainer kann eingreifen, indem er, sagen wir mal, die Anzahl oder die Streckenlänge verändert und, sagen wir mal, wenn die Geschwindigkeit im Vordergrund steht, die Geschwindigkeit zu halten, Anzahl verändern und natürlich auch darauf eingehen, zur Not auch mal eine Einheit abblasen und sagen, okay, mal zwei, drei Tage regenerieren und dann mit höherem Niveau wieder zu schaffen und da ist es wichtig, dass man eben nicht sagt, okay, hier stehen 20 mal 400 drauf, du machst jetzt 20 mal 400 und nach dem 12. das sieht schon schlecht aus, gehen wir zurück, machen wir bloß 300, um, sag mal, das Tempo zu halten, dass du gut durchkommst oder man bläst mal eine ganze Einheit weg. Wie haben Sie Ihr Auge, sag ich mal, denn entwickelt? Kommt das einfach über die Jahre der Erfahrung zustande? Ja, ich habe es am Anfang ja gesagt, also es ist wichtig, dass man Trainingsprozesse von klein auf, also von Kindern über Schülern, sieht, wie kann man was entwickeln? Wie entwickelt sich was mit dem Wachstum? Also bis zu den Pubertät muss da so viel trainiert werden, kommt das allein mit der körperlichen Entwicklung? Wie kann ich diese körperliche Entwicklung unterstützen? Wie kann ich Trainingsreize altersspezifisch setzen, damit es weitergeht, damit eine Perspektive auch nach der Schulzeit noch möglich ist? Ja, und so entwickelt man natürlich dann das Gefühl dafür, was richtig ist. Und ich habe sehr, 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 sehr viele Athleten trainiert. Wenn ich so mal zurückschaue, da kommen ein paar Hundert zusammen und da, es waren ja nicht alles nur Sonnenschein, da gab es natürlich auch Misserfolge, wo man sagt, okay, hier hat man bestimmte Belastungen nicht richtig gesteuert, hier war das Talent nicht ausreichend, hier war die Persönlichkeit nicht ausreichend und ich bin auch ein Trainer, der sagt, okay, zu einem jungen Menschen, du, ich glaube, Hochleistungssport ist für dich nicht der richtige Weg, konzentriere dich auf dein Studium, mach das, was dir Spaß macht aber ich glaube nicht, dass du mal bei einer WM oder bei Olympia überhaupt dabei sein kannst, dazu reicht es nicht und klar, junge Menschen sehen das dann erst mal so ein bisschen negativ, aber ich habe viele dann im Nachhinein, die gesagt haben, also eigentlich, dass sie damals gesagt haben, tat mir sehr, sehr weh, aber es war der richtige Entscheidung. Ja, jetzt bin ich, ich bin jetzt Mediziner oder ich bin Journalist geworden oder ich bin jetzt Selbsttrainer, Benjamin Stalf ist zum Beispiel so einer, der ja bei mir jahrelang auch geübt und trainiert hat, der ist aber über einen Endlauf bei einer deutschen Meisterschaft, aber mehr war nicht möglich und da bin ich halt einer, der dann auch ehrlich ist, richtig ehrlich, auch wenn es manchmal wehtut. Im Laufbereich hängt es dann eher an einer Belastungsunverträglichkeit, also dass die Leute die Umfänge oder das Training über einen längeren Zeitraum nicht schaffen, ohne verletzungsfrei durch die Vorbereitung zu kommen oder sind es dann eher andere Dinge, die häufig da mit reingespielt haben? Ja gut, das kann man nicht an ein, zwei Sachen festmachen. Also wir haben über die Persönlichkeit gesprochen, das ist sehr entscheidend. Physiologische Werte, es lässt sich nicht bei jedem Menschen das so entwickeln. Da gibt es, wie gesagt, jeder Mensch hat auch in seinen physiologischen Besonderheiten auch Grenzen so und wenn man das dann erkennt mit der Zeit, wo man dann auch bestimmte Trainingsreize verändert und so weiter und es kommt nicht dazu, dass sich das so entwickelt. Da muss man dann auch ehrlich sein, wenn es trainieren tausende von Menschen im Lauf oder wenn man im Leistungssport sind es natürlich nicht so viel, aber die trainieren alle mehr oder weniger nach klaren Trainingsmethodischen Konzeptionen, aber warum können nicht alle gewinnen? Dann würde ich mal umschwenken so ein bisschen von dem absoluten Leistungssport zu ambitionierten Läufern, ambitionierten Marathonläufern. Haben Sie da vielleicht ein paar Tipps, was zum Beispiel die Trainingsumfänge angeht? Also Lauf, Ausdauerbereich, sprich Langstrecke, sprich Halbmarathon, Marathon gibt es einen Grundsatz, viel hilft nicht immer viel. Da heißt es auch wieder intelligent zu trainieren, freut betont zu trainieren und wenn ich meinem Körper täglich einer Kreislauf- und Stoffwechsel Trainingsprozess unterziehe, passt sich die Zelle im Körper an, aber die passt sich nur an, wenn ich vernünftig trainiere, dass ich die Zelle entwickeln lasse und nicht, dass ich sie zerstöre durch zu intensives Training. Wie gesagt, täglich ist angebracht, ist gut, wer das kann, aber auch drei, vier Mal die Woche ist gut, aber immer so, dass ich freudbetont trainiere, dass ich in der, vielleicht wenn es geht in der Gruppe trainiere, ab und zu muss ich natürlich auch mal alleine, wenn es nicht passt, trainieren können, aber hier immer am Ende einer Einheit muss man sagen, ey das war cool heute, es hat mir Spaß gemacht, ich freue mich eigentlich mit drei, vier Freunden dann diesen Wettkampf zu bestreiten und wir gehen dort rein, klar mit dem Ziel, ich möchte eben wegen mir vier Stunden oder fünf Stunden schaffen, vollkommen egal, aber diese, diese innere Bereitschaft zu sein, ich habe gut trainiert, ich habe mich, mir hat es Spaß gemacht in meinem Training, das ist glaube ich das A und O und die dann verbissen an Kilometern schrubben wundern sich dann, entweder es hat nicht funktioniert, was man ja dann oft sieht, wenn man dann bei so einem Zieleinlauf, wenn dann so nach drei, vier Stunden dann die Masse der Läufer reinkommt, viele freuen sich, das ist richtig, so muss es sein, viele sind enttäuscht und ich glaube, die Sturmwur ist Nebensache. Also Sie machen es jetzt auch gar nicht tatsächlich an Kilometern fest, sondern eher auf das eigene Körpergefühl und ich habe ja gesagt, die Zelle im Körper muss sich entwickeln können und da kann keiner sagen, sind wir dich 20 Kilometer gut oder reichen auch eine Stunde Belastung oder reicht, wenn ich drei, vier Mal in der Woche Freud betont trainiere, ich habe einfach Spaß im Wald zu laufen oder am Ufer des Mains und so weiter, es muss Spaß machen und am Ende muss man sagen, okay, es war anstrengend, aber ich freue mich erst auf die Zeit, was jetzt danach kommt. Ich gehe jetzt mit einem Partner schön essen oder wir haben noch vor einen Zoobesuch oder ins Theater oder was auch immer, aber diese Freude, wer dann frustriert nach Hause geht und erst mal sagt, okay, ich bin vollkommen platt, ich bin kaputt, mir schmeckt es nicht, es ist alles nicht so richtig, das ist ein Zeichen, dass die Zelle überanstrengt wurde, viel Training ist zellzerstörend und man wundert sich, dass dann keine sportliche Leistung kommt und das ist beim Hobbyläufer oder den pensionierten Hobbyläufer, der viel machen will, das gleiche wie beim Hochleistungssportler. Viele Athleten sagen, ich habe doch so gut trainiert, warum kommt nichts? Und dann muss man da untersuchen, was hat da nicht funktioniert. Und deshalb, ich bleibe dabei, wer sich regelmäßig, wenn es geht, vielleicht sogar täglich, Herz-Kreislauf-mäßig bewegt und macht, der kann auch ein, zweimal im Jahr mal 40 Kilometer laufen. Wenn die zusammenzählen, ich weiß nicht, wie viele tausend Kilometer sie im Jahr kommen und dann zu sagen, ja, aber 40, man hat es ja mehrmals in der Summation der Zelle diesen Reiz gegeben und die Zelle ist hochbelastungsfähig, um das dann mal auch zu zeigen. Gibt es noch andere häufige Fehler, die Sie bei Hobbyathleten sehen? Sicherlich spielt die Ernährung eine Rolle, ob man dann unbedingt die Nudelparty braucht oder die Kartoffelparty, braucht man unbedingt Ernährung während dem Lauf. Heutzutage, im Zeitalter, wo es Gels gibt, konnte man eigentlich sagen, okay, ich nehme mehrmals bei meinen vier oder fünf Stunden oder drei Stunden unterwegs bin, nehme ich eben kohlenhydratreiche Gels auf, die ich dann mit Wasser nachspüle und so weiter. Das reicht an Energie. Und der Mensch hat so viel Energie, am Ende ist es doch dann die Frage des Kopfes. Inwieweit, würden Sie sagen, spielt das Equipment eine Rolle? Ja gut, sagen wir mal, man sollte natürlich Schuhe tragen, mit denen man gut trainieren kann. Man sollte vor dem Metkampf nie neue Schuhe anziehen, das ist ja alte Weisheit. Ich glaube auch nicht, dass die Schuhe, gerade wenn man heutzutage von diesem Wunderschuh spricht, sagen wir mal 90 Prozent und vielleicht zwar mehr der Läufer heutzutage sind ja nicht unbedingt Ballenläufer, gerade bei drei, vier oder fünf Stunden und da ist der Effekt, ich möchte fast Sachen null. Der hat natürlich seine Berechtigung im Hochleistungsbereich für einen Ballenläufer, wo da mal in großer Abdruckskraft in laufrichtigen Geschwindigkeit spielt es was anderes, als wenn ich jetzt sagen wir mal ein Vier-Stunden-Läufer bin, der mit dem ganzen Fuß oder fast zwar über der Hacke kommt, spielt es eigentlich keine Rolle. Ein Schuh, der bequem ist, der leicht ist, der eingelaufen sein muss und da gibt es ja genügend Möglichkeiten, wo man beim Schuhkaufsicht testen lässt, wo man das Laufband nutzt und wo dann wirklich Leute da sein sollten, die wissen, was sie sagen und dann sollte man unabhängig von der Firma sagen, okay, der Schuh ist cool, das ist wie eine zweite Haut, der gefällt mir. Und dann natürlich das entsprechende Equipment beim Wetter abhängig, das ist klar. Man sollte nie zu viel transpirieren, man sollte natürlich auch nicht, dass es einem zu kühl ist, also man sollte schon wissen, viele Leute ziehen sich viel zu warm an, ist klar, nach 5 oder 10 Kilometern ist der Körper dann so, jetzt dann merke ich eben nicht die 10 oder 12 Grad, die es bloß sind, dann brauche ich nicht unbedingt noch ein Pullover oder eine lange Hose oder was. Ja, wie gesagt, dort vorrangig der Ernährung, gerade auch in der Woche vor dem Wettkampf kohlenhydratreich zu speisen, wenig schwerverteuerliche Sachen. Ja, und dann wetterabhängig natürlich Flüssigkeit zu sich nehmen, aber eben auch nicht trinken, 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 weil das nimmt wieder die Energie aus dem Körper für die Maren- und Darmtätigkeit, die dann sein muss. Man sollte dann schon auch im Training, wenn man dann halt sagt, okay, am Wochenende machen wir einen 2-Stunden-Lauf mit Freunden, da sollte man dann schon auch die Möglichkeit haben, entsprechend durch Gürtel mit Flaschen und so weiter sich darauf vorzubereiten. Also nicht beim Wettkampf das erste Mal auch dann was zu sich nehmen zu wollen, während des Laufens. Dann komme ich noch mal kurz zurück zum Leistungssport. Wie schätzen Sie denn im Moment Deutschlands Läuferzukunft ein? Oh, das ist eine sehr, sehr komplizierte Frage, weil wir haben, ich habe es vorhin mal angelegt, ich glaube, wir haben gerade im Nachwuchsbereich 18, 20, um das mal zu nennen, immer wieder viele junge, talentierte Mädels und Jungs, die auch schon mit sehr guten Leistungen dastehen und ja, wie gesagt, es ist heute die Aufgabe, in dieser Zeit diese jungen Menschen langfristig weiterzuführen, ihnen aufzuzeigen, welche Möglichkeit geht es nach Schulabschluss, welches Studium wäre angebracht, wenn man Hochleistungssport betreiben will. Besteht die Möglichkeit vielleicht auch die Sportförderung der Polizei oder der Armee aufzunehmen für einen gewissen Zeitraum, um sagen wir mal diesen Sport auch professionell das machen zu können. Ja, und dann ist es jetzt wichtig, dass eine neue Trainergeneration heranwächst, ein Großteil der Trainer, Kurt Ring, Tone Kirschbaum, ich selber, wir sind alle im Altersbereich der Rente oder haben sie schon erreicht und ja, die jungen Leute müssen sich auch in dieser Zeit die Zeit geben, zu sagen, okay, ich kann nicht in zwei Jahren nach meinem Studium Hochleistungsathleten betreuen, betreuen, schon, aber nicht trainieren, das wird manchmal vergessen, weil einfach der Erfahrungswert nicht da ist, wie kann man sowas vorbereiten und dann, wenn solche jungen Menschen, die wir jetzt auch haben, ich sage nur mal ein paar Namen wie Pierre Ayadi in Dortmund oder Georg Schmidt jetzt hier in Frankfurt, um mal zwei zu nennen, die brauchen Zeit, da rein zu wachsen, um dann in einigen Jahren dann auch Weltspitze hier in Deutschland zu trainieren und ich glaube, es ist nicht notwendig, dass man unbedingt in die USA muss oder woanders hin, ich bin offen für internationale Trainingsgruppen, aber das sollte nicht so weit gehen, dass man dann hier in Deutschland ein schwarzes Feld da lässt. Dann habe ich noch eine Frage, was ist denn ein häufiges Missverständnis über Sie oder Ihre Arbeit, mit dem Sie häufig konfrontiert werden? Ja, also die ersten Jahre auf jeden Fall, dass ich im Verruf stand, sehr hart zu trainieren, sehr brutal zu trainieren, auch war mein Umgangston manchmal kritisch, aber wer dann in der Gruppe war, hat dann festgestellt, dass es gar nicht an dem ist. Gut, ich war oder bin immer ein Trainer, der gewisse Autorität ausstrahlt, das heißt also, es kann kein 14 oder 15 oder 17 Jahre gleich hier mit Du und Kumpel mäßig mit mir umgehen, das muss wachsen und Athleten, die dann diesen Prozess mit mir über der Zeit sind, sind dann auch mit einer GESA bin ich auch Bairdou und mit einigen anderen Athleten, aber wie gesagt, das ist nicht der Start, also hier muss erstmal, und das kommt natürlich nicht immer gut an, und die Konsequenz vielleicht, die Konsequenz auch in harten Situationen, Trainingssituationen auch mal zu sagen, okay, du kannst halt jetzt keine Geburtstagsfeeder machen oder Party, du kannst halt nicht am Wochenende zur Oma fahren, weil die 90. Geburtstag hat oder 91. Du musst erst dein Training machen, bevor das sein kann und gerade in bestimmten Zeiträumen, wo es notwendig ist, kann ich dann auch schon sehr konsequent sein und auch für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu autoritär, aber das Ziel, wenn das Ziel der Athlet und der Trainer gemeinsam haben und ich lebe die sportliche Leistung genauso wie der Athlet, bloß dass ich nicht laufen tue, wenn das übereinstimmt, dann merkt man auch, wenn man dann in Dreslauchern dabei ist, also viele, viele Athleten, die dann erstmalig dabei waren, sagen ich, das war das coolste Dreslauch, habe ich noch nie erlebt, mit so viel Lachen, so viel Spaß, so viel Sinn in dem ganzen Training, was stattgefunden hat, ja und diese Missverständnisse, wie gesagt, damit muss ich leben. Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle und da ist die erste Frage immer, was war Ihr schönster Wettkampf? Das muss nicht der erfolgreichste gewesen sein aus Trainersicht. Das ist ganz, ganz schwer, da müsste ich eigentlich also die Olympiamedaille meiner Frau 1988 wird unvergessen bleiben, weil es für mich unerwartet kam und weil es erstmals bestätigt hat, dass wir richtig gearbeitet haben. Also das ist, da kriege ich noch Gänse hart und natürlich dann auch den Headtrick in London, dreimal in Folge London Marathon zu gewinnen, ist einmalig, gab es nie wieder bis jetzt, man hat zwar schon dreimal gewonnen, aber nicht in Folge. Ja und dann die zweite Abteilung ist natürlich dann die Karriere mit Gesa langfristig mit 15 übernommen, über U20 EM, U23 EM bis hin zu den jetzigen Erfolgen, die ich nicht aufzählen muss. Ja und dann natürlich auch das negativste Erlebnis war natürlich London mit dem Sturz gut vorbereitet und da hat man dann auch wieder mal als Trainer gemerkt, dann gibt es solche Tiefschläge, die nicht vorherzusehen waren. Ja, wie gesagt, ein Jahr vorgeben möchte ich eigentlich nicht. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu den Olympischen Spielen 88 in Seoul, haben Sie da noch so einen Moment in Erinnerung, der sich bei Ihnen eingebrannt hat? Ja, ich durfte nicht mitfahren, weil ich nicht, sag mal, systemtreu war, wie man das so damals gesagt hatte. Ich war bei Olympia am Bildschirm verfolgt mit Freunden und wir haben gesagt, okay, läuft da mit und ein schönes Erlebnis, wird sich freuen und der Wettkampf ging los und sie war immer in der Spitzengruppe mit und auf einmal die Spitzengruppe wurde kleiner und ich dachte, ich sehe nicht richtig, die kann dort auf Medaille laufen. Wie gesagt, kriege ich jetzt noch Gänsehaut und ja, ich glaube, wir haben dort getobt und zu unserer Wohnung. Es war, also, wie gesagt, überraschend und ja, gut, ich war ja da mit Katrin schon zusammen, wir waren ja schon Partner oder Lebenspartner und ja, das kann ich eigentlich nicht in Worte fassen. Den schwierigsten Wettkampf hatten Sie auch schon direkt mit angesprochen, das war der Sturz von Gesa. Deshalb würde ich dann noch mal ganz kurz zum Training zurückkommen. Gibt es denn Trainings Inhalte, von denen Sie wissen, die sind einfach wichtig für die Entwicklung, aber als Trainer finde ich das jetzt nicht mehr so besonders prickelnd, könnte ich darauf verzichten? Also, es gibt eigentlich kein Training, was ich mit meinen Leuten machen, auf was ich verzichten könnte. Gibt es nicht, also, dann wäre es nicht in meinem Plan. Wenn ich jetzt eine Einheit hätte, es gibt Einheiten, die sind sehr schwer, gerade wenn dann Dauerläufe draufstehen, über bestimmte Streckenlängen, wo auch noch Geschwindigkeit erreicht werden muss und eine Trainingseinheit oder keine Trainingseinheit, auf die ich verzichten könnte. Aber gibt es Trainingseinheiten, auf die Sie sich besonders freuen? Bestimmte Tempolaufeinheiten, technische Dinge? Ja, das ist auch zeitabhängig. Im Herbst sind es natürlich die hohen Umfänge, wo ich sage, okay, gerade auch Kraftausdauertraining am Berg, interessant, wie man dann auch die Charaktere kennenlernt. Ja, und dann natürlich das Techniktraining, gerade gerne mache. Klar, die Tempoläufe, Intervalle, immer interessant, vor allem, wenn man eine Laktatmessung macht, festzustellen, okay, wir sind unterschwellig, wir müssen ein bisschen mehr Tempo machen, oder wir sind etwas zu hart, wir müssen ein bisschen reduzieren. Das sind so Einheiten, wo, ich sage mal, die Steuerung besonders groß ist. Ja, beim Dauerlauf kann man nicht viel steuern, da hat man eine Pulsuhr, bei bestimmten Dauerläufen, gerade im Dreslaufer sind jetzt Gruppen, und wir haben ja großen Wert darauf gelegt, dass wir auch uns international dann dort anderen Athleten mit anschließen, damit diese Gruppendynamik gewährt bleibt. Meine letzte Frage ist immer, was würden Sie jungen Athleten, Athleten oder auch jüngeren Trainern mit auf den Weg geben wollen? Geduld, Vertrauen, natürlich auch hinterfragen, ab bestimmten Alter sollten die Athleten hinterfragen, warum trainiere ich das? Welche Wirkung hat das auf meinen Körper? Warum habe ich das jetzt so gemacht? Was war da wichtig? Und dann natürlich die Zeit, die sich der Trainer nehmen muss, zu erklären, warum dieser Trainingsreiz, was bringt den deinem Körper entstande? Was passiert morgen? Es kann sein, du stehst auf Hast Muskelkrater, warum ist das so? Was passiert in deinem Körper? Wie lange sind Regenerationsphasen? Wie passe ich die Athleten machen muss, aber auch der Trainer und das kann aus meiner Sicht eigentlich egal wie gut der junge Kollege studiert hat, das kann er nur, weil jeder Mensch anders reagiert. Und da ist es wichtig, dass man natürlich Gruppendynamik hat, aber auch in der Gruppe jeden Einzelnen als Individuum beobachtet und auch Betreuten steuert. Also Gruppentraining, wenn alle immer alles machen, ist für die wenigsten das Richtige. Für den einen ist es vielleicht gut und für fünf andere ist es unterschwellig oder überschwellig. Ja, Henrik, vielen Dank für dieses Interview. Ich iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.